Als Kind strebt man stark nach Liebe und Geborgenheit, die uns unsere Eltern geben. Doch was passiert eigentlich, wenn die Eltern toxisch sind? Dass bestimmte Wörter emotionalen und seelischen Schmerz auslösen, den wir nicht mehr vergessen werden, sollte jedem von uns bekannt sein. Diese schmerzhaften Erinnerungen können sowohl nur für einen kurzen Moment bestehen, als auch einen Menschen ein Leben lang prägen. Vor allem, wenn es von so wichtigen und geliebten Menschen kommt, wie von unseren Eltern. Woher wissen wir also, dass unsere Eltern sorgsam mit uns umgehen oder toxisch sind? Um diese Frage zu beantworten, sind hier 8 Dinge, die toxische Eltern zu ihren Kindern sagen und damit deren Leben maßgeblich beeinflussen können. Nummer 1. Sie finden herablassende Wörter gegenüber deinem Aussehen. Du bist hässlich, zu klein, zu dünn, zu dick, deine Haare sind hässlich. Ein Kind aufgrund seines Aussehens und Auftretens fertig zu machen, führt häufig dazu, dass sich dieses nicht mehr wohl in seiner Haut fühlt und unzufrieden mit seinem eigenen Körper ist. So etwas kann tatsächlich zu schwerwiegenden emotionalen Problemen führen, bis hin zu Essstörungen. Eltern sollten ihren Kindern viel mehr beibringen, wie sie sich selbst lieben, völlig egal, wie diese aussehen. Nummer 2. Sie stellen provokative Fragen gegenüber deinen Handlungen. Fragen wie, warum benehmst du dich so komisch? Wieso läufst du so seltsam? Warum kaust du so? Warum redest du in dieser Art? Kinder tendieren dazu, alles, was ihre Eltern sagen, zu glauben, egal wie ironisch und sarkastisch sich das anhören mag. Solche Fragen, selbst wenn sie sarkastisch gemeint sind, führen dazu, dass Kinder denken, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Das macht es für das Kind unglaublich schwer, es selbst zu sein, wenn andere in der Nähe sind, selbst wenn es dann schon im Erwachsenenalter ist. Das könnte dazu führen, dass Betroffene ständig darüber nachdenken müssen, was andere von ihnen halten könnten und sie von der Sorge geplagt werden, dass andere sie auslachen könnten. Nummer 3. Deine Eltern äußern egoistische Wünsche. Ich wünschte, du wärst niemals geboren. Ich wünschte, ich hätte dich damals abgetrieben. Ich bereue es, dich gezeugt zu haben. Ich wünschte, du wärst ein anderes Kind. Eltern sollten niemals etwas in diese Richtung zu ihrem eigenen Kind sagen. Das führt nämlich dazu, dass das Kind denkt, dass es nicht dafür bestimmt wäre, auf dieser Welt zu leben und es es nicht verdient hätte, zu leben. Diese Sätze sind dermaßen schädlich für ein Kind und allgemein für einen Menschen. Sie führen häufig dazu, dass sich Betroffene selbst verletzen oder eine Depression bekommen. Nummer 4. Sie geben dem Kind das Gefühl, eine Last zu sein. Du kostest mich so viel Geld. Du erschöpfst mich jeden Tag aufs Neue. Es ist so anstrengend, jeden Tag auf dich aufzupassen. Wenn Eltern das zu ihren Kindern sagen, fühlen sich diese, als wären sie eine Last. Und das wiederum führt dazu, dass sie ständig ihre Gefühle, Probleme und eigene Interessen verstecken. Nur um die Eltern nicht zu belasten und wütend zu machen. Nummer 5. Deine Eltern machen ungesunde Vergleiche. Warum kannst du nicht wie deine Schwester sein oder die anderen Kinder? Die anderen Kinder sind viel besser als du. Solche Aussagen führen dazu, dass das Kind extrem ein Selbstwertgefühl verliert und denkt, dass es niemals gut genug sein könnte. Völlig egal, wie sehr es sich auch anstrengt. Des Weiteren führt das ständige Vergleich unter Geschwistern zu einer schlechten Beziehung zwischen denen, sodass diese eifersüchtig aufeinander werden und sich gegenseitig niedermachen. Jedes Kind sollte ein Recht darauf haben, eine eigene, unabhängige Identität aufzubauen. Nummer 6. Deine Eltern treffen beleidigende Aussagen oder Wörter. Du bist dumm. Du bist ein Loser. Du bist nutzlos. Du wirst nie etwas erreichen. Aussagen wie diese zerstören unglaublich schnell das Selbstwertgefühl der Kinder. Von daher ist es unglaublich wichtig, dass Eltern ihre Kinder so oft wie möglich dazu motivieren, an sich selbst zu glauben. Nummer 7. Sie drohen damit, dich zu verlassen. Ich werde dich verlassen. Ich werde einfach so verschwinden. Du wirst mich nie wiedersehen. Solche Aussagen führen dazu, dass ein Kind extreme Verlustängste bekommt. Sie bekommen Angst, dass Menschen, die sie lieben, sie verlassen könnten, weil sie sie selbst sind. Wenn das Kind dann älter wird, wächst dieser Glaube immer weiter und verfestigt sich in dessen Gedanken. Dadurch wird es unglaublich schwer für sie, zukünftige Beziehungen zu führen, da sie Angst davor haben, von ihnen verlassen zu werden. Nummer 8. Sie machen leere Versprechungen. Wenn du das machst, dann kaufe ich dir dies. Ich nehme dich so und ich werde dich das nächste Mal mitnehmen. Jedoch machen sie es nicht. Wenn ein Elternteil ein Versprechen macht, das es nicht einhalten kann, zerstört es damit das Vertrauen des Kindes. Es fühlt sich dadurch betrogen und hintergangen. Leere oder falsche Versprechungen zu machen, ist der beste Weg, einem Kind zu zeigen, warum man anderen nicht vertrauen sollte. Ihr seht also, was bloße Wörter alles anrichten können und wie sehr diese unsere Entwicklung beeinflussen. Unsere Kindheit ist ein sehr wichtiges Kapitel unseres Lebens. Dort wird unsere Identität, Persönlichkeit, unser Verhalten und unsere Glaubenssätze aufgebaut. Hast du schon einmal solche Erfahrungen machen müssen? Teile gerne das Video mit einer Person, von der du denkst, dass diese es gebrauchen könnte. Und teile mir gerne deine Gedanken mit einem Kommentar mit. Vergesse auch nicht den Kanal zu abonnieren, um kein weiteres wissenswertes Video zu verpassen. Wir sehen uns damit im nächsten Video wieder. Wir sehen uns beim nächsten Video.